Herzlich willkommen zurück, liebe Leute hier bei WWE 2K16 im Universe Modus Clash of Legends, der beim Royal Rumble angekommen ist. Wir haben die Card hier mit 7 Matches, natürlich zum Schluss dem 30-Man Royal Rumble Match, das ich vorbereitet habe. Man sieht natürlich nicht die Wrestler, die daran teilnehmen, denn das sind ja insgesamt 30, die passen hier nicht ins Bild. Ich kann euch schon mal sagen, dieses Match, was dann kommt als siebtes Match, das wird auf jeden Fall eine zufällige Abfolge der Wrestler haben. Also wer jetzt als Nummer 1 reinkommt, als Nummer 7, 10 oder 20 oder 30, das kann ich nicht beeinflussen. Das liegt nicht in meiner Macht, das ist tatsächlich völlig zufällig. Und das ist auch gut so, denn dadurch gewinnt das auch für mich so eine gewisse Unberechenbarkeit. Und ich habe mal einen Testlauf gemacht oder schon zwei Testläufe vom Royal Rumble bis zum Schluss, bis kurz vor Ende. Man kann das Match dann nachher noch abbrechen. Und da sind tolle Verläufe gewesen. Das war schon spannend zu kommentieren. Sicherlich ist das mit der KI jetzt nicht, also ich wüsste da noch 3, 4 Stellen, an denen ich als Entwickler schrauben würde, um das nochmal spannender zu machen wie in echt. Mit so ein paar kleinen Ideen, so ein paar kleinen Spots, die man einbauen könnte. Aber das ist schon echt interessant zu sehen, gerade weil man nicht weiß, wer kommt wann rein, welche Konstellationen von Wrestlern ergeben sich. Und ihr müsst halt ein bisschen Vertrauen haben, dass die 30 Leute, die ich ausgewählt habe, so ein bisschen auch eurem Liking entspricht. Denn sind wir mal ganz ehrlich, bei 100 Wrestlern insgesamt in dem Komplett-Roster hier, da kann ich 30 Leute auswählen, aber es sind halt immer noch 70 Leute nicht drin, die ihr teilweise bestimmt gerne drin sehen wollt. Also ich habe schon viele große Namen genommen, ich habe einen Surprise-Entrant drin, das kann ich schon mal verraten, der noch gar nicht im Universe aufgetaucht ist und so weiter und so fort. Aber ich habe nicht jeden reinnehmen können. Ich habe ein paar aus Tag-Teams genommen, aber dann nicht als Zweier-Kombo, weil da sind halt irgendwie schon 4 oder 6 Wrestler drin, dann habe ich wieder nur 24 andere übrig und dann wird es ultra schwer. Naja, ich habe natürlich einen nicht da drin, das ist ja schon mal klar, nämlich den aktuellen Inhaber, der auch jetzt hier nicht auf der Card steht, des Undisputed Championships und zwar den Undertaker. Denn der Undertaker, der hält ja den Titel, um den es hier im Royal Rumble letztlich geht, denn der Gewinner dieses Royal Rumble, 30-Man Royal Rumble Battle Royals, der wird den Undertaker bei WrestleMania herausfordern. Also das ist schon ein wichtiges Match hier, das ist nicht mal eben irgendein Pay-Per-View-Man-Event-Match, sondern das ist schon eins der größten Matches des Jahres in der WWE, das man sich anschauen kann. Also da dürfte ruhig gehypt sein, das wird richtig, richtig toll. So, dann haben wir das erste Match hier, was wir uns jetzt angucken. United States Championship, John Cena hält das und der ist jetzt nicht zu sehen, genauso wie sein Herausforderer Rikishi, denn Rikishi hat einen Überraschungsgast dabei. Und wer die Folgen bisher verfolgt hat, der wird sich wahrscheinlich schon ausmalen können, wer das ist. Roman Reigns begleitet Rikishi als Manager hier und da spielt er so seine Eigenart, dass ein Manager dann, also dass die Wrestling-Anzeige von vorher nicht funktioniert, wenn man einen Manager hinzufügt. Er ist der Kollege von Rikishi, ich habe das jetzt auch nochmal eingestellt. Ich hoffe, dass er eventuell eingreift, weil bisher waren Manager manchmal auch ein bisschen passiv. Wenn nicht, dann muss Rikishi halt alleine klarkommen gegen John Cena. Das wird natürlich ultraschwer, denn Big Match John, wie er auch genannt wird, wir sehen es, der kommt natürlich mit einer Motivation hier rein. Und da sagt so Roman Reigns auch, boah, Alter, guck mal, wie der den trillt. So, Roman Reigns guckt erstmal ganz andächtig und Rikishi zeigt erstmal Big Body Drop und da klatscht Roman Reigns, jawohl. So, direkt so eine Butt-Bomb hinterher. Oh, John Cena in das Seil gewippt. Ah, aber der Konter den Simone droppt, sollte das, glaube ich, werden. Zeigt einen Belly-to-Belly-Slam, ja, ja. Ach ja, John Cena wieder mit Trainingsgewicht. Haha, der hebt Rikishi vom Boden auf, ihr glaubt's auch. Für so einen Gut-Ridge-Slam. Aha. Ich denke mal, er übertreibt es manchmal ein bisschen. Oh, schöner Heel-Kick von Rikishi. Also, abtasten ist zwischen den beiden nicht angesagt. Nochmal ein Shoulder-Tackle hier hinterher. Und jetzt die Shoulder-Claw. Also, wie gesagt, abtasten auf gar keinen Fall. Bam, und da landet John Cena wehrlos auf dem Nacken. Ui, ui, ui. Kommt jetzt mit dem Uppercut wieder. Und will natürlich jetzt seinerseits erstmal Rikishi bearbeiten mit einem schönen Leg-Drop auf den Arm. Und nochmal ein Leg-Drop auf das Bein. Also, John Cena geht hier schon gut zur Sache mit Rikishi. Entschuldigung, das muss man durchaus mal sagen. Uh, jetzt in die Bar. Haha, in den... In den Turn-Post. Oder Ring-Post rein. Boah, Cena wird angefeuert. Cena kommt mit dem Dropkick nochmal um die Ecke. Also Rikishi sah hier bisher nicht so gut aus. Aber es gibt es hier nochmal im Vorarm. Rikishi kontert es nochmal. Und John Cena kontert jeden Move von Rikishi gefühlt aus. So wird das schon mal nichts für Rikishi. Mit dem United States Title. Wieder so ein Gut-French. Meine Herren. Also, John Cena hat definitiv nur halb so viel eingesteckt wie Rikishi bisher. Und wie gesagt, John Cena kontert jeden Move, den Rikishi probiert. Zack. Frontslam. Ei, 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 ei. So, auch Rikishi kontert ab und zu. Aber da kommt halt nichts in der Folge. Also, danach ist dann immer Schluss für Rikishi. Der ist also gleich, würde ich sagen, schon angezählt. Genau, da kommt der Five-Duncle-Shuffle. Das könnte ganz kurzes Match wieder werden hier. John Cena lässt Rikishi hier keine Chance. Und zeigt es an. Jetzt kommt der Attitude Adjustment und dann kannst du nach Hause gehen. Zack. Cover-Versuch. One. Und da ist er. Roman Reigns zieht den Ringrichter aus dem Ring. Genial. Genial. Schön. Tja, John Cena, das war wohl nix. Der Cover-Versuch ist ausgeblieben. Rikishi hat sich hier nochmal eine Lebensversicherung mitgebracht. Und die hat auf jeden Fall schon gezogen. Jetzt gibt es dann mal hier die Bud-Storms. Lief John Cena hier weg. Ja, es muss John Cena auch ein bisschen einstecken. Wobei das natürlich echt nicht viel ist, ne? Ja, hier nochmal eine Shoulder Claw. Das ist ganz nett, aber da muss mehr kommen. Von Rikishi. Ein Cover-Versuch. One. Two. Ah, Kick-Out. Das reicht ja wohl nicht Rikishi. Streng dich mal ein bisschen an. Was ist denn da los? Das kann man doch so nicht als Leistung verkaufen. So, John Cena wieder in der Ring-Ecke. Ach, du Weih. Sitzt jetzt oben. Oh Gott. Alter, wollt ihr mich verarschen? Rikishi zeigt doch keinen Superplex vom dritten Seil. Sag mal, was habt ihr eigentlich geraucht bei Jux, ey? Das gibt's ja nicht. Ein Superplex von Rikishi und John Cena meine ich. Und wieder geht es bis zwei. Und wieder steht John Cena auf und sagt, ne, ich bin der Superman hier. Ich bin nicht zu schlagen. John Groschen war einmal. Ja, klar. Ich wollte gerade sagen, das konnte Rikishi dann aber. Oh, electric chair. Boah, so ein electric chair Face-Crusher oder sowas. Heißt der Exploder? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Oh, jetzt hier. Double-Leg Boston Crab. Und Rikishi wandert erstmal Richtung Seil. Boah. Aber das tat weh. Da reibt er sich den Arsch. Hahaha. Da reibt er sich seinen fetten Arsch. Alles klar. So, John Cena hier mit einem, mit seinem Armbar-Move. Boah, das tut derbe weh. John Cena fängt an, zu Admission rauszuhauen. Das macht er doch sonst auch nie. Ist das jetzt schon eine Spurverzweiflung? Weil er mit seinem Finisher nicht so recht zur Rande kommt. Ja, klar. Ein Snap-Suplex an Rikishi. 300 Kilo Suplex. Ich kann's ja. Mhm. Okay. Als wenn das nicht genug wäre. Ich hebe Rikishi vom Boden auf. Weil der ist so leicht wie Papier. Hahaha. Was hat John Cena vor? Schon wieder diese... Boah. Okay. Was sah das denn? Es sah aus wie so ein gebotschter... Elbow-Drop. So, Rikishi wehrt sich. Aber was macht Rikishi denn jetzt? Er haut John Cena. Und wird gekontert in ein Cross-Buddy. Na wunderbar. Warum wird Rikishi hier eigentlich so als Schwächling dargestellt? Das verstehe ich nicht so ganz. Boah, leck die Tee. Das tut gut. Für die Knie. Na, Rikishi kontert nochmal. Zeigt dir immerhin Belly-to-Belly-Slam. Ja, immerhin kommt mal irgendwas von Rikishi hier. Das geht ja wohl nicht. Naja, ein Cover-Versuch finde ich optimistisch. Da kickt er bei 1,5 schon aus. Nein, Rikishi, das ist ja wohl nicht dein Ernst. Das hier ist Pay-Per-View-Time. Du kannst doch nicht einfach... Du kannst doch nicht einfach jetzt hier mit so ein paar Moves John Cena covern. Das ist doch jetzt hier keine Laufkundschaft unter der Woche oder so. Ich meine, Rikishi hätte schon längst verloren, wenn es nicht um Roman Reigns wäre, der ihm hier geholfen hat, indem er den Schiri rausgezogen hat aus dem Ring. So, John Cena landet jetzt wieder auf dem Boden, steht auf, kriegt nochmal eine ins Gesicht verpasst. Aber kommt zurück. Oh ja, mit einem superschnellen Suplex. Natürlich John Cena, das Powerhouse ist wieder unterwegs. 6, 1, 2, dann haben wir Kick-Out von Rikishi bei 2. Oh, da gibt es aber einen Zocker-Kick hinterher. Und dann nochmal die Cena-Press ins Gesicht. Ich wollte gerade sagen, macht der nicht mal seinen zweiten Five-Nockel-Schaffel irgendwann? So, Rikishi jetzt in der anderen Ring-Ecke. Boah, mit dem harten Overhand-Punch haut er ihn nochmal so richtig ins Gesicht. Hängt Rikishi in den Tree of Woe. Okay. Oh, John Cena tritt nochmal ins Gesicht. Aber das wird es jetzt ja wohl nicht gewesen sein hier. Naja, Cover-Versuch wieder sehr optimistisch diesmal von John Cena. Boah, war aber knapp. War aber knapp. Rikishi hat scheinbar schon jetzt keine Kraft mehr. Der Lappen. Und John Cena hat echt die Athletik aus der Hölle gefühlt. Denn er outwrestled jeden Gegner, den er hier vorgesetzt bekommt. Und Rikishi aktuell nicht mit dem Hauch einer Chance sich zu wehren. Tja, Roman Reigns da draußen kann es auch kaum fassen. Immerhin kommt Rikishi mit einem Power-Move zurück. Aber all das richtet natürlich wenig Schaden an John Cena an. Das ist ja nicht etwas, wo der dann irgendwann liegen bleibt nach. So, jetzt hängt er wenigstens bei einer Ring-Ecke. Reibt er ihm hier seinen Schenkel ins Gesicht? Das ist ja immerhin etwas. Aber dann das Cover ist zu schnell. Wenn ihr mich fragt, das hat wenig Aussicht auf Erfolg. Ihr seht es ja auch. John Cena steht einfach schneller auf wie Rikishi. Der ist frischer. Der ist wacher. Ah, vielleicht jetzt gerade mal nicht. Aber insgesamt macht er einen besseren Eindruck auf mich. Noch allerdings ist das Match ja nicht vorbei. Okay, Rikishi ist doch wieder mit einem Top-Rope-Move. Was ist denn da mit denen eigentlich los? Ah, John Cena kontert's. Flying Crossbody mit Cover. Ah, one, two. Boah, Kick-Out im letzten Moment von Rikishi. Ich hab schon gedacht, Robot Rates greift nochmal ein. Aber da wird der ja wieder weggeschickt. Oh, das sollte der AA werden. Aber der wird gekontert von Rikishi. Was zeigt Rikishi jetzt hier seinerseits? Samoan Drop. Da ist er endlich. Meine Güte, dass der nochmal durchgeht beim dritten Versuch. So, neuer Cover-Versuch. One, two. Und Kick-Out von John Cena wieder bei zwei. Der Superman-Ciner wird so nicht besiegt. Der ist schneller oben. Was macht der da? Lässt sich in dem Bulldog verarschen. Okay. Was war das denn? Boah, jetzt gibst du mal das Knie ins Gesicht. Genau das sind die Moves, die Rikishi auspacken muss, um einen John Cena zu schlagen. Darf er aber jetzt nicht verschnaufen. Boah, eingesprungen in den zweiten Simone-Drop. Jetzt könnte es nochmal spannend werden. Aber Rikishi macht schon wieder Pause. Was ist das denn? Warum macht Rikishi Pause? Ah, kontert aber mit einem Back-Body-Drop. Sehr stark. Den DDT weggekontert. Jetzt muss auch John Cena mal ein bisschen Schmerzen ertragen. Aber John Cena wieder schneller als Rikishi. Guard-Range Front-Slam. Und da ist es. Ich hab wieder Zeit. Hier. Kannst du mich nicht sehen? Ja, kann man versuchen. Der Referee hängt in den Seilen. One. Two. Und dann kickt Rikishi aus, weil der Schiri zu langsam ist. Weil John Cena den Schiri selber in die Seile befördert hat. Also John Cena macht es sich aber auch gerade nicht sehr leicht. Landet jetzt wieder in der Ring-Ecke. Und nochmal ein Tritt. Ein Tritt. Tritt-Ferrounding. Von Rikishi. Denn ich kann sehr englisch sprechen auf Deutsch, wenn ich das möchte. Ja, John Cena ruht sich jetzt auch schon aus. Aber er ist wieder ein passter Moment da. Derft jetzt Rikishi in die andere Ring-Ecke. Bam. Und da kommt die Close-Line. Rikishi gefühlt jetzt tot. Und John Cena denkt sich auch, boah, Alter. Schon ganz schön anstrengend. Na, guck mal hier. Wie er ihn anredet. So nach dem Motto. Ja, steh doch auf. Steh doch auf. Und da ist es. John Cena. Attitude Adjustment. Tschüss Rikishi. Zack. Cover-Versuch. One. Two. Boah, nochmal die Schulter hoch. Alter, das ist natürlich nicht schlecht. Zweiter Finisher kassiert. Und trotzdem nochmal ausgekickt. Oder trotzdem nochmal die Schulter hochbekommen. Aber ich glaube, Rikishi wehrt sich jetzt noch nicht mal mehr. Ich glaube, die, diese 300 Kilo, die sind jetzt nicht mehr in der Lage, etwas dagegen zu tun, dass John Cena ihn jetzt auseinander. 300 Kilo sind vielleicht ein bisschen zu viel. Vielleicht 400 Pfund oder so. Knapp 200. Das könnte schon hinkommen. Also mehr wie 150 wiegt er auf jeden Fall, so wie der aussieht. Das wären dann über 300 Pfund, ja. Boah, ganz leicht ist der auf jeden Fall nicht. Der Rikishi. So, jetzt landet er hier bei Roman Reigns in der Ringecke. Oh Gott, und auch schon Cena. Will hier ein Statement setzen. Oha. Roman Reigns guckt atemlos zu. Oi, 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 superplex. Oh, Rikishi kracht auf den Ring. Alles vibriert, alles donnert. Aber John Cena hat das Match immer noch nicht gewonnen. Bam, auf den Kopf, den Elbow. Jetzt geht er aufs Top Rope. Jetzt ist Schluss. John Cena will Ende machen hier. Mit dem Elbow Drop. Auf die Brust. Cover. One, two. Boah, wieder die Schulter hoch. John Cena kann es nicht fassen. Er will direkt dranbleiben. Er will ihn einfach nur noch prügeln, vernichten. Naja, und dann kommt Rikishi mit dem Konter. Ah, hier. Aber Rikishi hat ja noch einen eigenen Finisher. Zack. Auf geht's. John Cena im Cover. Das könnte jetzt auch schwierig werden. One, two, three. Wow. Wow, das kam jetzt out of nowhere. Alles klar. Rechnung aufgegangen für Rikishi. Roman Reigns hat ihn einmal vor dem sicheren Pinfall bewahrt. Und John Cena, das hat man jetzt nicht kommen sehen, dass der sich einfach so covern lässt. Das kam jetzt wirklich. Hier, da sehen wir es nochmal. Da wird der Schiri rausgezogen und er sagt, hey, was ist denn hier los? Aber das hat auf jeden Fall nicht gereicht. Und Rikishi sah lange Zeit hier wie der sichere Verlierer aus. Und da gewinnt er einfach mal so den United States Titel von John Cena. Out of fucking nowhere. Zeigt er seinen Finisher. Ob John Cena da irgendwie verletzt wurde bei, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir gucken uns das gleich nochmal an im Replay. Mal gucken, ob wir gleich Rikishi wieder tanzen sehen mit dem Titel. Das finde ich ja sehr lustig. Ja, das war der Coverversuch nach dem Superplex. Da kickt John Cena aber bei 2,2 gefühlt aus. Also das war jetzt nicht so dramatisch gefährlich. Hier sehen wir es glaube ich nochmal. Und dann kam der Finisher. Ich weiß leider immer noch nicht, wie der heißt. Hat sich John Cena hier irgendwie verletzt? Am Nacken, an der Schulter, irgendwo. Oder war das Gewicht von Rikishi dann doch zu viel beim Cover? Man weiß es nicht. Der Schiri zählt bis drei. Und Rikishi freut sich ungemein. Dass er hier den United States Champion Titel gewonnen hat. Dass ich jetzt United States Champion nennen darf. Aber auch mit der Hilfe von Roman Reigns. Das dürfen wir nicht vergessen. Ohne den hätte das nicht geklappt. Also das würde mich nicht wundern, wenn wir demnächst mal sehen, dass Rikishi auch Roman Reigns mal aushilft irgendwo bei. Mal gucken. Der freut sich auf jeden Fall wie Bolle. Das ist klar. Überraschungssieg als Auftakt vom Pay-Per-View. Wow. Also wenn mir das einer vorher gesagt hätte, hätte ich gesagt. Eher nicht so. Was ist der Banzai Drop? Kann das sein? Steht hinten auf dem Schild. Kann natürlich sein, dass der Banzai Drop heißt. Krass. Tja. Rikishi gewinnt den United States Champion Titel. Und damit haben wir schon den ersten Titelwechsel im ersten Match im Opener gesehen. Das ist ja mal richtig nice. Und es geht nice weiter. Beim nächsten Match. In der nächsten Folge werden wir Farouk und Dilo Brown als Repräsentanten der Nation of Domination sehen. Wie sie die aktuellen Titelträger und zwar die Hardy Boys Broken Matt und Jeff Hardy herausfordern. Da bin ich auch mal sehr, sehr gespannt, ob da ein Titelwechsel geschieht. Das wäre ja schon der zweite Tag-Team-Titel für die Nation of Domination, den sie gewonnen haben oder den sie gewinnen könnten. Und ja, die Hardy Boys sind sicherlich daran interessiert, den Titel noch ein bisschen länger zu halten. Also da wird es, glaube ich, ein echtes Battle geben. Eine echte Schlacht, könnte man sagen. Das wird auf jeden Fall spannend. Ja gut. Rikishi hat die United States Championship gewonnen. Richtig, genau. Ja, das ist doch mal eine gute Nachricht. Finde ich zumindest. Weil John Cena hat so lange die United States Championship gegen Kurt Angle verteidigt und dann verloren und wiedergewonnen. Und jetzt war es aber auch irgendwann genug für ihn, glaube ich. So nett John Cena auch ist, aber er kann ja nicht immer gewinnen. Also von daher war das irgendwo glaubwürdig. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hier bei WWE 2K16. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Euer Tarsten Hauer. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten schule. Wir sehen uns vor. Wir sehen uns vor. Wir sehen uns vor der Stelle vor. Ja, wir sehen uns vor. Wir sehen uns vor. Aber Trade. Wir sehen uns vor. Tschüss. Vielen Dank.